We are live. Es geht weiter mit Dark Souls und zwar ist alles gut hier? Ja, ist alles sauber? Ja, jemand hier drin? Hallo? Hallo? Okay, so. Leuchtfeuer. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Entfachen kann ich das? Nein. Ähm. Gut, aber wie viel habe ich noch davon? Wie viel habe ich noch? Einer geht noch. Einer geht noch. Nutzen. Okay, noch einen. Hier kann man Menschlichkeit droppen, farmen. Na, mal schauen. Ja, ich sehe es natürlich nicht, ob das genügt. Ja, ich hoffe schon. 20.000 Seelen. Habe ich genug? Habe ich genug? Mal schauen. 8.000? Nein. Nein, 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 nein. Es würde nicht genügen, oder doch? Ach komm, wir versuchen das mal. Mal schauen, ob ich noch einmal meinen Charakter verbessern kann. Ich habe viele Seelen. Wieso nicht? Mal probieren. So. Ja. 5.000. Okay. Nochmal so viel. Nochmal 5. Nochmal. Schaffen wir? Schaffen wir? Ja, nein. Schein. Oh Mann. Es wird knapp. Es wird knapp. 3.000 noch einmal. Ja, ich glaube wir schaffen. Ja, es genügt. Ja. So. Ja, ich kann mich verbessern. Einmal aufsteigen. Und zwar. Was soll ich machen? Konditionen. Leben. Ach komm, mach mal Leben. Vitalität. Ja, ja. Und reparieren kann ich auch gleich. So. Alles, 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 alles. So, jetzt geht es weiter. Okay, von wo bin ich gekommen? Na, wo bin ich hier? Oha. Aha, aha, aha. Ne, ich will, wisst ihr was? Ich will noch Licht scheinen. Genau. Damit es nicht so dunkel ist. Ja. Ja. Genau, das ist geil. So. So gefällt es mir schon mal besser. Oha. Tolle Aussicht. Definitiv. Finde ich auch. Wirklich. Sieht geil aus. Schlund des Abgrunds. Oh. Nein. Schlag. Wieso schlägt er nicht? Ey. Gut. Geschafft. So. Also. Es geht. Wohin geht es? Pfff. Also ich habe keine Ahnung. Weißt du? Weißt du? Wo? Boah. Guck mal, wie wir aussehen. Sexy. Aha. Na super. Auf dich habe ich gewartet, Mann. Ohne Scheiß jetzt. Oh nein. Ich bin tot. Scheiß magier. Oh man, dieser magier. Der stresst mich brutal. Echt. Echt. Der stresst mich so krass. Ich könnte weinen. So, Lichtstein. Was ist das denn? Was ist das überhaupt für eine? Habe ich das auch? Ich habe das auch. Was ist das denn? Giftfluch. Okay. Ähm. Ja. Mal schauen, was das bringt. Okay. Verlassen. So. Okay. Komm. Ui. Aufpassen. Mal schauen, was das bringt. Gegen Gift. Gegen Gift und Fluch. Was ist das überhaupt? Das ist doch. Das ist kein Gift. Das ist Fluch vielleicht. Nein. Fluch auch nicht. Ja. Ja. Komm, komm. Komm. Komm, Papa. So. Boah. Wie viel Leben. Abziehen. Also schon heftig. Boah. Ja. Ja. Ich muss dich zuerst töten. Genau. Komm. Komm. Oh. 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 Ist der nicht tot? Ich dachte, der ist tot. Ah. Mann. Okay. 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 Wir schaffen das. Auch wenn es mich stresst. Wir schaffen das. Na super. Na super. Jetzt habe ich nur noch 19. Nur noch 19 Flaschen. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Er braucht schon mehr. So. Stund des Abgrunds. Ja, ja, ja. Ich weiß. Was ist das? Komm. So. Jetzt. Komm. Bis der zu mir kommt. Ja. Ja. Gut. So. So. Okay. Man. 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 Heftig. Heftig. So. Endlich. Was ist das? Finstere Träne. Okay. Heilen. Ja. Wohin? 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 Hier lang? Vielleicht? Also von hier bin ich ja gekommen. Ich müsste hier lang gehen. Also ich bin mir sicher, dass dieses Gebiet nicht so groß ist, aber weil es so dunkel ist und alles denkt man, boah, mega groß. Wie komme ich da weiter? Wohin? Aber ich denke, es ist nicht so groß. Was ist das denn? Das sieht aus wie Menschlichkeit. Geil. Ich bin im Paradies. Oh. Okay. Ja. Respondier. Das wäre wichtig. Geheimfahrt. Oha. Oha. Was habe ich da gefunden? Ähm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da... Ob ich jetzt gut gemacht habe, ihn nicht anzugreifen. Ach komm, ich brauche Menschlichkeit. Lass doch welche. Ja, also stark sind sie nicht. Ist auch so. Oh. Noch einmal. Wenn ich ihn treffen würde. Er ist auch... Wow. Was ist da? Oh mein Gott. Geil. Eine Abkürzung? Nein. Echt? Wohin? Wohin? Also, jetzt bin ich gespannt. Wohin das führt. Königlicher Wald. Oh. 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 Ah ja, genau. Und von hier aus... Ähm. Hier links. Okay. Und... Ah. Ja, 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 ja. Ich weiß wo. Ich weiß wo wir sind. Ja, super. Das ist gut. Dann kann ich gleich mal hier... Dann habe ich 20 Flaschen. Dann habe ich 20 Flaschen. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Dann muss ich nicht... Ja, also Menschlichkeit habe ich sowieso verloren, aber... Ja, nein. Das ist gut. Können wir gleich... Dort hingehen? Lauf, Forrest. Lauf. Ob es keinen Morgen gibt. Ja. Voila. So. Und jetzt? Ja. Geil. Geile Abkürzung. Heftig. Muss ich sagen. Also. Gut. Gut. Dann muss ich nicht jedes Mal alles machen. So. Das macht gut. Nein. Genau. Tja. Schon geil, also. Komme ich Menschlichkeit? Boah. Digger. Digger. Sieht irgendwie süß aus, oder? Menschlichkeit. Gut. Geht es auch hier irgendwo? Nein. Also wir haben echt einen geilen Weg gefunden. Also wir haben echt einen geilen Weg gefunden. Riesen Geheimfahrt. Also wirklich. Super. Da muss ich runter gehen. Oh Mann. Ich glaube irgendwo hier. Hier kommt ein Boss. Und dann sind wir eigentlich am Schluss beim, 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 wie sagt man, beim Boss. Ja. Ja. So. Ja. Oh. Menschlichkeit. Nein. 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 Lass mich heilen, lass mich heilen, warte, warte, warte mein Freund, ich komme gleich wieder, so, 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 oh, 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 so, noch einmal, yeah, yeah, Heilen wir uns, irgendwo ist der Boss, wo, wo ist er, keine Menschlichkeit, oh, ja, komm, komm schon, komm, 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 oh, baby Menschlichkeit, oh, 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 was ist das, so was das schwarze flamme muss ich mal testen ob ich das überhaupt anwenden kann ich glaube hier geht es nicht weiter kann ich runter springen kannst du nicht was das pass auf weg wo da ist kein weg da ist nichts ist ja was ich ziehe mal was anderes an wo ist mein wo ist mein helm wo ist mein helm ich kann auch hier nach oben gehen also hier war ich ja noch nicht aha tut mir leid die zeit ist leider auch fast schon um aber ich will das noch machen ich will das noch ganz schnell hier machen aha schau hier geht es weiter aber bevor ich dort hingehe will ich euch noch töten ja vielleicht bekomme ich noch menschlichkeit wer weiß ja komm schon ihr seid so viele schön dass ich so weit komme mein gott nicht eine bekommen unglaublich oder nicht eine bekommen also ich glaube zum boss geht es da lang ja ja ich weiß es sogar also ich weiß es sogar ich denke komm 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 kleiner komm komm noch einmal kein einziger menschlichkeit er braucht das schon was auf gegenstand ok also nein wir gehen da lang weiter und das machen wir im nächsten part freunde ja danke dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten mal